Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Nur ne Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh. So geht das also. Das Gebäude sollte geräumt werden. Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Gasmaske. 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 Scheiße. Hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Okay. Ich werde verrückt. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Das ist nicht gut. Gut. Ja. Sieht gut aus. Okay. Zurück zu Lev. Oh, fuck. Felice. No. Oh, fuck. Achtet! Was ist das? Ich hoffe, das war's. Ich habe was für dich. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen was. War da ein Weg nach oben? Nein. Äh, wie das da? Ist das ein Läschloch? Lev, hol das da runter. Komm mal. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Los, aufstehen. Ah! Was jetzt? Oh, Männer. Ich will gleich vom Ruhig sein. Oh, Gott. Oh, Gott. Ah, du Scheiße. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Ah! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Blinder Demon, da drüben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hast du noch was? Nein. Du? Nein. Gut, dann mal weiter. Was ist das? Oh, no! Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Wir sind fast draußen. Geh weiter runter. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Federer, ja. Ich hab gehört, er foltert, Lloyd. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon mal wen gefoltert? Lev. Lass uns erstmal von hier verschwinden. Okay, ein Fortschritt. Lev, bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Ja. 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 Ja.